Ich bin Johannes, ich bin freiberuflicher Fotograf. Dieses besondere Licht, was man morgens hat, das vermittelt eine gewisse Spannung. Du hast nur diesen kurzen Zeitraum, wo das Licht gerade erst entsteht und definiert, was für ein Tag kommen wird. Bei der Fotografie ist für mich am wichtigsten, Stimmung einzufangen. Jede Person braucht ihr eigenes Licht. Wenn ich Menschen fotografiere, versuche ich, ein Stück von ihrem Charakter mit ins Bild zu bringen. Ich glaube, als Fotograf geht man auch zu Hause viel bewusster an das Licht, mit dem man sich umgibt, ran. Das Design macht mein Leben nicht nur durch seine Funktion leichter, sondern es macht mein Leben allein schon durch seine Anwesenheit schöner, weil ein schöner Raum meinen Tag besser macht.